Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pukki. Wir sind hier im Supermarkt. Ich will unentdeckt bleiben, weil sonst bekomme ich ein Safe-Hausgebot. Ne, auf jeden Fall, wir machen nichts Schlimmes. Wir kaufen nur für 100 Euro glückslose, Robelose, wie auch immer. Wer da jetzt hinten erst auf den Staubsaugt. Nein. Ja, auf jeden Fall für 100 Euro. Also ich hole mal eben die 100 Euro. Ich hoffe, ich habe noch 100 Euro. Ja, sieht gut aus. Hier, 100 Euro. Mit denen werden wir jetzt glückslose kaufen, Robelose für jeweils 5 Euro. Also, wie viel Stück haben wir dann? 20. Genau so, Maxi. Gut gerechnet. 20 Robelose werden wir kaufen. Wir schauen einfach mal, wie viel ich da gewinne. Und ich gehe davon, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da irgendwie Gewinn mache. Ganz im Gegenteil. Denkt mal, dass ich Minus machen werde. Aber es ist einfach so ein Experiment. Und ich will euch einfach mal zeigen, dass man mit sowas in den meisten Fällen wahrscheinlich keinen Gewinn macht. Vielleicht habe ich auf Glück und gewinne irgendwie 100.000 Euro. Das wäre dann natürlich gut. Dann würde ich auch ein paar iPhones verlosen oder so. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Dinger bekommen. Und lass schon mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht machen wir sowas mal mit 500 Euro. Dafür bräuchte ich dann halt einen Sponsor. Aber wenn ihr die Likes richtig hart eskalieren lässt, dann könntest du mir das schon überlegen. Also, let's go. Daumen nach oben. Wir kaufen jetzt mal die Robelose. Wir sind hier mit so einer fetten Kamera unterwegs. Undercover. Dies ist noch nicht euer. So, nochmal aus dem Bums. Wir kaufen das jetzt. So, Leute. Wir haben jetzt die Robelose gekauft. Wir haben ein paar verschiedene. Ich zeige die euch kurz. Dann machen wir die gleich zu Hause auf. Einmal Golden Casino. Dann haben wir das hier einmal. Ja, die sind alle jeweils 5 Euro. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Das schauen wir uns gleich an. Hier dieses Silbernen. Die sehen auch nice aus. Und dann nochmal Golden Casino. Das war es auch im Prinzip. 20 Stück. 5 Euro. Let's go. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier zu Hause. Ich habe mir sowas kleines vorbereitet. Weil ich habe keinen Bock, dass diese ganzen Fusseln oder Metallspäne oder was auch immer. Wie man das nennt, dass die dann überall hier rumliegen. Wir nehmen jetzt mal ein 20-Cent-Stück. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem, was wir nur einmal haben. Ich bin echt gespannt. Ich schätze mal, dass wir so ungefähr mit 60 Euro rausgehen werden. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wir brauchen dreimal den gleichen Betrag. Dann haben wir den gewonnen. Oha. Haben wir den gewonnen. Das sieht schon mal gar nicht so geil aus. 15. Alter, da ist gar nichts bis jetzt doppelt. Nee. Das ist schon mal gar nichts. Aber wir haben noch das zweite Spiel. Das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Die Hoffnung ist noch da. Wird das eine Niete oder nicht? Ja. 10.000 vielleicht einfach. Gar nichts. Aber wir haben noch den Mega-Bonus. Oh, Schein. 10 Euro. Okay, gut. Das war schon mal keine Niete. 10 Euro haben wir schon mal. Ich blende euch auch den Counter ein, wie viel wir ausgegeben haben, wie viel wir gewonnen haben. Und ja, jetzt sind wir schon mal eigentlich im Profit. Jetzt haben wir hier verschiedene. Ich würde sagen, wir machen das immer abwechselnd. Wir brauchen hier dreimal das gleiche Symbol bei jedem Spiel wieder. Beziehungsweise die gleiche Ziffer. Gut, das war schon mal nichts. Oder siehst du hier irgendwo dreimal das gleiche? Nö. Ich auch nicht. Dann schauen wir mal hier weiter. 1.000. 1.000. Das ist 1.000 Euro werden. Nee. 5. Wir haben noch eine Reihe. 10. Und 100. Okay. Das ist auch gar nichts. Und jetzt schauen wir hier noch. 10. 25. Okay, 10. 15. 15. 25. Okay, 25 wären geil. Komm schon. 10. Und 100. Das ist gar nichts. Das war eine Niete. Okay, dann machen wir mal mit dem hier weiter. Da weiß ich, okay. Spiel 1. Gleiche Karten gewinnen. 18 und 25. Hä, nee. 18. Ach so. Hä? Wir brauchen eine gleiche wahrscheinlich. Dann rubbeln wir nur das frei. Da haben wir schon mal keine gleiche. Dann brauchen wir hier ein Würfelpaar. 2, 3, nee. 6, 2, nee. Nee. Und nee. Und hier brauchen wir Herz irgendwas. Auch nichts. Oder ist hier irgendwo ein Herz? Nö. Nö. Wir machen das einfach so als Experiment, dass wir hier sehen, womit man da rausgehen kann. Es ist einfach Glücksspiel. Ist einfach nicht so intelligent, das zu machen. Das sowieso. Deswegen, ich will euch das mit diesem Video einfach mal beweisen. Und vielleicht haben wir trotzdem Glück und gewinnen was. Aber dann wäre es natürlich eine Ausnahme. Weil im Endeffekt, wenn man das hochrechnet, kann man eigentlich so auf lange Zeit gar nicht gewinnen. Aber das ist ja eh klar. Irgendwie müssen wir ja auch Profit machen. So. 25 haben wir schon zweimal. Shit. Das ist schon wieder nichts. Also bei denen haben wir bis jetzt noch nicht so Glück gehabt. Komm schon. 1000. Alter, wenn das 1000. 150.000? 10.000? 100? 10.000? Bis jetzt von denen nur Nieten. So, komm. 14. 4. 9. 8. Warte, ich check das Spiel nicht ganz. Brauchen wir da wirklich zwei gleiche? Gleiche Karten gewinnen. Ja, da haben wir keine gleiche. Nö. Würfelpaar gewinnt. Nö. 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 Und nö. Ey, scheiße, Alter, das gibt's doch nicht. Komm, jetzt hier ein Herz vielleicht. Oh. Nö, das ist kein Herz. Digger. Was geht ab? Okay, jetzt sind wir schon hart im Minus. Also ihr merkt schon, welche Richtung das jetzt hier abdriftet. Komm schon. Ich will nicht allzu viel verlieren. 100 haben wir schon zweimal. Ah, schade, Digga, wenn das 100 gewesen wären. So 100, 25, 150.000, auch nicht schlecht. Nochmal 100. Vielleicht jetzt ein Hunderter? Nee. 25. Digga, das ist halt 150.000. Wo? 25. Komm, bitte 25 wenigstens. Bitte 25. Wieder eine Niete. Digga, das gibt's doch nicht. Wir haben bei dem einen, was wir einmal hatten, haben wir bis jetzt gewonnen. Und sonst gar nicht. Komm schon, wenigstens jetzt. Drei. Sechs. Sieben. Dreizehn. Digga, das ist ja so eine Verarsche, Alter. Was geht ab? Kein Würfelpaar. Kein einziges Würfelpaar. Hier brauchen wir Herz. Nope. Nope. Ja, wir haben endlich ein Herz. So, das werden jetzt wahrscheinlich 5 Euro werden. Wir schauen mal nach. Und wir haben 10 Euro. Immerhin. Alter, das ist nicht so geil bis jetzt. Okay, wir machen weiter. Gucken wir mal. 10. Nee. 150.000 haben wir schon zweimal. 100 haben wir auch schon zweimal. 25 oder 100? Nope. Schade, das war schon mal das erste Spiel. Ripped da. Oh mein Gott, Digga. 15. Nee. 5 vielleicht. 5 vielleicht auch nicht. Digga, die ziehen nicht so hot ab. Ist so, Digga. Bis jetzt echt hart. Minus. Wir haben natürlich noch ein paar. So, jetzt wird es vielleicht ein 5er. Komm schon. Hier noch ein 5er. Nee. Niete. Ey, Alter. Wir haben bei einem Silber los. So hart gerippt bis jetzt. Okay. Wieso? Nein, oder? Ja, wir haben das voll... Ich habe das falsch verstanden. Hier oben. Guck mal. Hier oben ist die Zahl. Und wenn wir da eine Übereinstimmende haben. Alter, ich hätte die schon alle fast weggeworfen. Dann hätten wir was gewonnen. 17. Nee, leider nicht. Wahrscheinlich ist es eh in keinem Fall. So, ach so, warte. Das waren ja erst die zwei, oder? Ach, da oben. Da haben wir auch noch eine. Sechs. Oh, da haben wir einen Gewinn. Fünf Euro. Nice. Das heißt, wir sind da bei 15. Digga, ich habe das halt gar nicht gecheckt, das Spiel. Ihr werdet mich wahrscheinlich schon alle auslachen hier. Aber egal. So, komm schon. Eine neun brauchen wir. Schade. Das ist schon mal nichts. Würfelpaar gewinnt. Komm, wenn ich einmal ein Würfelpaar bekomme, das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Alter. Und jetzt hier Herz. Das sieht auch nicht gut aus. Okay, das ist wirklich eine Niete. Okay, Leute, wir machen weiter. Bis jetzt haben wir 25 Euro. Und ey, wir sind schon über der Hälfte, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Leute, 10, das könnte vielleicht was werden. 5, 5, 10, ne, 25, auch nicht. Okay. Also falls das ein Gewinn wird, dann seht ihr das auf jeden Fall sowieso. So, 25, ne. Das sieht auch nicht gut aus. Letzte Shots. 25 vielleicht. Komm, gar nichts. Das war wieder eine Niete. Ey, dieses Silberlot. Gibt es da noch irgendwie ein Special-Spiel oder so, was ich da auch vergesse? Warte, schau mal. Diese silberlose Rippen ja komplett rein. So, dann schauen wir mal hier unten. Was haben wir? 16, 2, 18 und 6. Und hier oben? 6. Ja, komm. 15 Euro. Nice. 15 Euro haben wir hier schon mal gewonnen. Dann komm, jetzt ein gleiches Würfelpaar. Das wäre geil. Ne, 3 und 2. 5 und 6. 1 und 5. 1 und 6. Okay, und jetzt brauchen wir hier noch ein Herz. Das wäre halt ganz geil. Ja, Herz. Da ist noch ein Gewinn. Schau mal. Guck mal. Wir machen uns zusammen frei. Noch ein Zehner. 25 Euro ist dieses Loswert. Ey, jetzt beginnt es hier schon mal ja gut zu werden, ne? Okay, also dieses silberlose Rippen bis jetzt komplett rein. Die anderen sind in Ordnung. So, let's go. Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Und ob ihr da schon mal irgendwie was gewonnen habt oder nicht. Das sind hier 5 Euro. Okay. Jetzt beginnt es hier schon mal ein bisschen die Gewinne zu haken. Also ich kann da bis zu 150.000 Euro gewinnen. Das ist schon ziemlich heftig. 2 mal 1.000 haben wir schon. Ja, okay, das wird gar nichts. Und dann schauen wir hier unten noch. 15, 10. Nee, nee. Das ist auch gar... Ja, diese Silberlose. Kein einziger Gewinn bei denen. Ich glaube, die wollen uns echt hart verarschen, die Silberlose. Komm. Dann machen wir hier weiter. Die 1, die 6, die 15 und die 2. Und hier oben haben wir die 7. Das ist schon mal nix. Komm, jetzt ein Würfelpaar vielleicht. Nein. 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 Und nein. Jetzt ein Herz vielleicht. Ey, Alter. Das tut echt weh. Okay, weiter geht's. Komm. Vielleicht mal wenigstens ein Fünfer oder so. Oder ein Zehner. Oder ein Hunderter. Oder ein Hundertfünfzigtausender. Ja, schön wär's. Das ist gar nichts. 25 vielleicht? Nee. Ey, ich schwör, bei den Silberlosen habe ich kein einziges Mal gewonnen bis jetzt. Das ist echt... Da fühle ich mich echt ein bisschen verarscht. Kein einziges Mal. Und ich... Digga, ich bin ja auch nicht dumm oder so. Wir checken die nachher nochmal. Aber die Silberlose rippen hart rein. Okay. Let's go. Wir haben die Nummer 7, die Nummer 16, Nummer 11 und Nummer 10. Und hier oben die 9. Komm, jetzt einmal ein Würfelpaar. Das hatten wir auch noch nie. Ja. Bleibt auch dabei. Alter, komm, jetzt brauchen wir noch ein Herz. Auch nicht. Doch, ein Herz. Und 5 Euro. Oh mein Gott, 5 Euro. Ey, 3 Silberdinger noch. Wir haben 10 von diesen Silberdingern, glaube ich, gehabt. Wir sind jetzt aktuell bei 60 Euro, glaube ich. Und wir haben, ja, nur noch ein paar Lose. Ja, okay. Eins mache ich auch und dann gewinnen wir 50.000. Mal schauen. Okay. Zweimal haben wir schon die 100. 15 haben wir auch schon zweimal. Na, das wird gar nichts. 10.000. Oh mein Gott, komm schon. 1.000 haben wir schon zweimal. Komm. Digga, dieses Silberlos. Ich habe da jetzt kein einziges Mal gewonnen bis jetzt. Das ist kein Spaß. Und ich glaube, es bleibt auch dabei. So wie es aussieht. Ja, das ist schon wieder nichts. So ein Scam. Dieses Silberlos. Alter, okay. Die Glückszahl ist 12. Komm schon. Komm schon, wir brauchen eine 12. Ja, wir haben eine 12. 5 Euro. Immerhin. So, und jetzt vielleicht ein Würfelpaar. Einmal in meinem Leben. Würfelpaar bekommen wir. Hier wieder mal nichts. Wäre ja auch irgendwie ein Wunder gewesen. Komm schon. Vielleicht hier ein Herz oder so. Auch nicht. 5 Euro. Immerhin so. Zwei Silberlose. Ey, wenn das... Wenn wir da keinen einzigen Gewinn haben, dann fühle ich mich echt verarscht von denen. Komm schon. Nee. Nix. 250.000. Das ist halt so ein Clickbait. Nix. 2 mal 25. Vielleicht wenigstens 25. Nix. Diese Silberlose, Alter. Das kann ja gar nicht sein. Zwei Lose haben wir noch am Start. Komm schon. Glückszahl ist 19. Da haben wir eine 10. 16. 19. Und das sind 5 Euro. Okay, gut. Kommt vielleicht jetzt ein Paar. Ja. Wir haben ein Würfelpaar. Komm, guck mal hierher. Würfelpaar und gewinnen noch mal 5 Euro. Das heißt, das ist noch ein 10er. Und jetzt brauchen wir noch ein Herz. Das wäre ganz geil. Da ist aber kein Herz dabei. Das heißt, das ist noch mal ein 10er. Und dann das letzte loskommt. Das nächste darfst du jetzt aufholen, Alter. Boah, irre Mann. Ja, wenn das Silberlose auch nichts gewinnt, dann ist es halt echt ein Scam. Okay, 150. Ich würde sagen, 150 haben wir jetzt. Nein, wir haben 5. Oh, vielleicht haben wir einen 5er. Vielleicht einen 5er. Ja, Alter. Boah. Erstes Silberlose. Und es ist auch das letzte los. Aber egal, was jetzt überhaupt mal was gewonnen hat. Noch ein 5er wäre gut. Ja, das sind zwei 5er. Komm schon. Komm schon, hol noch ein 5er. Ah, schade. Nee, aber zweimal 150k. Wäre halt schon easy gewesen. So, und hier ist wieder das Gleiche. Ja, genau. Also, diese Silberlose, die waren ja echt gern. Boah, 25? Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Komm. Nee. Nee, aber 10. Nein, gar nichts. Ja. Ja, gut. Also, das sind jetzt die Gewinnerlose. Die sind auf jeden Fall hier die Ehrenmänner. Die kann ich dann auch einlösen gehen. 25 Euro minus. Also, du hast sogar, glaube ich, predicted vor der Aufnahme, dass wir mit 75 rausgehen, ne? Ja, 75. Nein, ich glaube, 75. Ja, 75. Aber diese Silberlose, Alter, die haben so hart reingerippt. Also, so eine Scheiß jetzt. Da war einfach gar nichts dabei. Warte, ich film das nochmal. Das sind die Verliererlose, ne? Ja. Also, wir können da auch nochmal checken, so kurz. Ja. Ist nichts. Ja, da bist du mal hardripped gegangen. Wieso, ich würde sagen, man kann sein Leben auf jeden Fall nicht finanzieren durch Rubbellose kaufen. Nee. Ja, gut, Leute. Also, im Endeffekt, ja, wir haben Minus gemacht. Ich habe damit gerechnet, aber ich bin eigentlich zufrieden, weil ich glaube, so jetzt auf Long Term, wenn ich jetzt für 1.000 Euro was machen würde, würde ich so im Schnitt ungefähr bei 600 oder so rauskommen. So, das ist halt so das Ding. Das heißt, es ist gar nicht mal so kacke gewesen, 75 Euro aus 100. Ja, wenn ihr Bock habt, dass ich sowas nochmal mache, dann lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht auch mal mit einem höheren Betrag. Könnte ich auf jeden Fall mal machen und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.